Die erste Schicht habe ich mitgekriegt, er hat sie alle zusammen hier, könnt ihr ja sehen, ja alle zusammen normalerweise, natürlich Rick nicht dabei, der ist ja verletzt, und Sonny habe ich gefahrt, ich habe Dings gefahrt, hier unter dem Leibold, die sind ja befreundet, Sonny ist auf dem besten WG, ich bin jetzt auch schon besser, ich bin vom Hof, ja eins zeigen immer gerne, ich weiß das natürlich nicht, so, dann kriegen wir auch eine Hitze, ich will wohl sehen, und dann wollen wir mal gucken, wie das läuft, ne, alles klar, ich melde mich nachher nochmal, und ihr wisst ja Bescheid, ich bin heute Abend live um 20 Uhr, ne, alles gut, tschüssi, auf YouTube, alles gut, tschüss.